hallo und herzlich willkommen zu stefan ist anders heute erwartet uns ein kilo pick-up 36 riegel knapp 5100 kalorien und zwar habe ich hier sieben mal schoko hasernuss sieben mal black and white acht mal spekulatius sieben mal schoko und milch und sieben mal schoko im netz habe ich darüber nichts gefunden deswegen lasse ich die zeit gleich einfach laufen und versuche halt dieses kilo so schnell wie möglich weg zu kriegen bei 5100 kalorien das wird nicht so einfach und pick up ist ja von haus aus schon recht knackig zu trinken habe ich lauwarmtee und cola also let's go 321 eins fangen wir mit spekulatius an der geruch war geil herrlich also ihr rein den zeitraffer und ich knall dir weg bis gleich herrlich herrlich Ja Freunde, ihr glaub ich schafft das nicht. Ach komm, vergiss es. Natürlich knall ich die noch weg. Geht nicht, gibt's nicht. Also, auf geht's, unter 30. Yes. Wow. Also eins steht seit dieser Challenge fest. Bei der nächsten 20.000er Challenge sind die dabei. Safe. Und ja, das war jetzt ein Spoiler. Die 20.000 greife ich natürlich nochmal an. Das kann ich doch so nicht stehen lassen. Okay. Real Talk, mir ist nicht schlecht. Bei 30 ungefähr. Ungefähr so 28, 30. Da wurde mir so ein bisschen anders. Hab dann ein bisschen mehr getrunken, ein bisschen mehr Tee getrunken. Das hat das echt neutralisiert. Haselnuss, sag ich euch ganz ehrlich, Haselnuss geht gar nicht. Also der erste war okay. Da hab ich noch gedacht, Mensch, wow, das läuft. Aber schon beim zweiten hab ich dann so gedacht, nee, also dieser Flavor geht gar nicht. Aber jetzt Hand aufs Herz. Schreibt's in die Kommentare. Wer hat gedacht, der gibt jetzt wirklich auf. Aber gut, sind drinnen unter 30 Minuten. Geile Zeit. Aber auch hier nochmal der Hinweis, macht das nicht nach. Einerseits nicht um meine Zeit zu unterbieten, weil du müsstest ja nochmal aufgreifen. Und andererseits seht das Ganze als Unterhaltung und dann ist gut. Also, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Ab morgen beginnt meine Diät. Und ja, das erste Diät-Video kommt dann somit in drei Wochen, Sonntag in drei Wochen. Und da seht ihr dann schon, was in den ersten drei Wochen passiert ist. Wenn ihr das verfolgen wollt, wie es mir in diesen 12, 15 oder vielleicht sogar 18 Wochen geht, oder er geht, dann lasst ein Abo da. Aktiviert die Glocke. Folgt mir auf Instagram, stefan.0176. Da kommen die ersten Infos. So, und dann ist alles gegessen, alles gesagt. Ich bedanke mich fürs Einschalten. Und dann sehen wir uns, wenn es wieder heißt, Stefan ist anders. In diesem Sinne, ich bin raus. Macht's gut. Bye-bye.